Ja, Entwickeln von Handschoss mittel Cutter Coaching, das Werk in Müllheim, der Schott AG, jeder jeden Tag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich einsteige und Ihnen so ein wenig davon erzähle, was Gerd Aulinger angekündigt hat, würde ich mich gerne vorstellen wollen. Bernhard Langner, seit knapp neun Jahren jetzt Plant Manager des Werkes in Schott-Müllheim, Schott AG. Ein großer Konzern, hat was mit Glasspezialitäten zu tun, über 15.000 Mitarbeiter, ungefähr 2 Milliarden Euro Umsatz. Wir selbst, da wo der Herr Behn und auch meine Wenigkeit herkommen, das Werk der Schott AG in Müllheim, ungefähr 260 Mitarbeiter. Was treiben wir da? Wir stellen Fläschchen her, Glasfläschchen für die Pharmaindustrie, beschichtet oder nicht beschichtet. Das nur so ganz klein wenig dazu, um was es geht. Jetzt sehen Sie, ich habe es ja vorgelesen, ich habe mich kurz vorgestellt und schon habe ich ein schlechtes Gefühl. Wieso? Weil ich Sie glatt angelogen habe. Also was noch stimmt, ist Bernhard Langner. Was nicht stimmt, ist jeder, jeden Tag. Da sehen Sie sich hier, sagen Sie, hey, super, aber das kann ja schon mal gar nicht passen. Stimmt, passt auch nicht, das ist nicht der Status quo heute, aber es ist unser Motto. Und dieses Motto ist uns so wichtig, dass wir versuchen, danach uns auch zu entwickeln. Was das bedeutet, zeige ich Ihnen. Und wenn ich über die Geschichte von Kata, des Werkes in Müllheim rede, dann ist das ja eine Geschichte. Und wie fangen Geschichten an? Vor langer, langer Zeit. Und genauso möchte ich auch anfangen und möchte Ihr Auge auf die rechte Seite lenken. Natürlich gibt es das Tagesgeschäft und hoffentlich gibt es den Kunden, der König ist. Das ist so, das kennen Sie, glaube ich, alle, wie Sie hier sind. Und wenn es um Verbesserungskultur geht, am Ende des Tages verstehen wir Kata definitiv als Verbesserungskultur, die wir auch im Sinne von Culture Modification betreiben in unserem Werk. Dann gibt es und gab es immer wieder Aussagen wie hier, also Verbesserungskultur, ganz ehrlich, dafür haben wir ja keine Zeit. Tagesgeschäft, ich arbeite ja eh schon zwölf Stunden, wo Sie sich noch nebenher verbessern können. Das Zweite, ja, Zielvereinbarung, wir haben die Zielvereinbarung, ist aber nicht Bestandteil meiner Zielvereinbarung. Ich mache lieber rechts, da erfülle ich meine Zielvereinbarung, wenn ich verbessere, erfülle ich sie nicht. Dann gibt es etwas, das kennen Sie auch, ups, das kennen Sie nicht, aber das kennen Sie. Das ist sozusagen die Prozess- oder Produktionsseite, da gibt es Standards, da ist man froh, dass man einen Standard erzielt hat und am nächsten Tag ist er wieder weg, sagt man sich, ja, super, wo ist denn da die Nachhaltigkeit? Und last but not least, das kennen Sie sicherlich auch, hey, das haben Sie ja klasse verbessert, ja, ja, der Chef wollte das so oder der Chef hat gesagt, ich soll das mal so machen. Das ist etwas, worüber wir immer wieder stolpern und in der Vergangenheit ganz besonders viel gestolpert sind und ebenfalls sind wir über diese Effekte gestolpert und das kennen Sie, glaube ich, auch. Das ist so der typische Top-Down-Ansatz. Man hat Projektmeetings, ich behaupte, jeder, der hier am Tisch sitzt, war schon mal in den Projekten irgendwo unterwegs gewesen. Man trifft sich routinemäßig zu Projektbesprechungen, der Mitarbeiter bekommt To-Dos, der Mitarbeiter berichtet über den Status und der Projektleiter oder Vorgesetzte oder beides in einem, sagt dann, okay, dann machst du das und das, wir treffen uns bis dann und dann, in zwei Wochen, dann bist du fertig. Bisschen zynisch, ich weiß, aber was sind die Effekte, die wir gesehen haben? Es ist besser als nichts, garantiert, aber die Effekte, die sich damit einstellen, sind, einige Probleme warten tatsächlich bis zu den nächsten Besprechungen. Man hat ja so die typischen zwei Wochen Zeit, vielleicht trifft man sich auch nach einer Woche und einige Probleme werden erst kurz vorher angegangen. Also man sieht, ah, Mist, übermorgen habe ich ja die Projektsitzung, boah, wo war denn nochmal mein To-Do schnell rausgekramt? Ach ja, das muss ich mal schnell machen. De facto stellen die meisten fest, dass sie ihre Aufgaben auch relativ schnell bewältigen können. Die Frage, die sich uns also gestellt hat, ist, naja, also wieso dann nicht sofort innerhalb von 24 Stunden was erledigen, wieso wartet man bis zur nächsten Routine? Das war früher. Heute versuchen wir, etwas anders vorzugehen. Es gibt immer noch die Top-Down-Ziele. Ja, es wurde auch schon erwähnt heute in den Vorrednern, es gibt Vision, es gibt strategische Ziele, es gibt die Ziele dann für die Region und es gibt Ziele für die Werke. Ich behaupte, das ist auch wichtig, es ist wichtig, dass es Visionen gibt in einem Unternehmen und ich behaupte, es ist auch wichtig, dass es übergeordnete Ziele gibt. Das, was sich ändert, ist tatsächlich dieser Pfeil, das ist dieser Bottom-Up-Planning. Das heißt, wir reden über Ziele, aber wir reden nicht mehr ganz genau, wie hast du es zu machen, damit du dein Ziel erfüllst, sondern über die Fragetechnik und ich weiß ja, wo ich hier berichte und denke immer, okay, ich muss Ihnen das alles sowieso nicht erklären und den Schlaumeier spielen, weil ich glaube, noch sehr jung und frisch zu sein und wir als Einheit in Katta, aber ich glaube, Sie wissen alle, was ich meine. Über die Fragetechnik versuchen wir, den Mitarbeiter heranzuführen, seine Ziele auch selbe zu stemmen, über die Art und Weise, wie er es als Vorschlag hätte. Und deshalb gibt es die täglichen Katakaskaden und das ist ein ganz wichtiges Element, dass wir uns täglich treffen und wir haben, das wissen Sie alle, diese Mentee macht einen Vorschlag und Coach und Mentee machen zusammen einen Schritt und was Sie hier sehen ist, ich sage mal, der bildliche Versuch, diese vielen kleinen Schritte kumulieren sich. Früher, und ich gehöre definitiv auch zu denen, fand es immer so sehr spannend, wenn die Ziele ambitioniert sind, wenn wir dann gleich die Millionen wieder hier haben oder die Performance da steigern und die kleinen Schritte, hat man gesagt, ja, komm, ist das nicht. Heute wissen wir, Kleinvieh macht Mist auf kurzdeutsch, das heißt, die sehr vielen kleinen Ziele und Vorschläge, die der Mentee macht, die kumulieren sich und wir haben Erfahrung, das kann ich Ihnen sagen, wenn ein Mitarbeiter heute sagt, wenn ich das bis morgen schaffe, schaffen wir eine Sekunde zu holen. Wer hat die früher gesagt, ganz ehrlich, hast du nichts Besseres zu tun, als über eine Sekunde nachzudenken. Heute wissen wir, wenn er es jeden Tag schafft, und das macht er 200 Tage im Jahr, reden wir über 200 Sekunden im Jahr, nur über diesen einen kleinen Schritt von diesen einen Mitarbeitern ist doch schon mal super. Und das andere ist die schnellen Reaktionen bei Abfeichungen, wie ich schon sagte, wir warten nicht, es ist der Vorschlag, was könnte ich bis morgen tun? Und damit schafft man auch eine Motivation bei den Mitarbeitern, was kann ich wirklich bis morgen tun? Dann mache ich ja den Vorschlag dem Coach und stehe auch dafür ein, dass ich es auch machen möchte. Und das ist nicht so der klassische Top-Down-Ansatz mehr. Ich würde Sie damit langweilen, wenn ich jetzt alles durchgehe. Das Wichtige, die Botschaft dahinter ist, was bedeutet das jetzt für uns in Mülheim? Wir haben uns entwickelt, und ich möchte eigentlich nur auf zwei Sachen hinweisen. Das eine ist die übergeordnete Zeitachse. Sie sehen, wir sind nicht die Profis, noch nicht, aber wir sind schon seit anderthalb Jahren dabei. Das klang heute Morgen schon durch. Wer Cutter anfängt, muss auch Geduld mitbringen. Es ist nicht so, und morgen funktioniert alles in der Organisation nach Cutter, weil man es einmal erklärt hat, und jetzt lauft los, bitte. Das funktioniert nicht, das kann ich Ihnen sagen. Sie sehen, wir haben uns Zeit genommen. Heute, im Nachhinein ist man ja immer etwas schlauer, sage ich, Cutter-Einführung braucht auch Zeit. Wenn Sie die Zeit nicht haben, ganz ehrlich, dann lassen Sie es, weil es tatsächlich etwas mit einer Kultur, mit einem Kulturwandel, Kulturmodifikation ist das bessere Wort. I agree. Und das andere ist, wir sind nicht alleine losgelaufen, nur weil wir ein Buch gesehen haben oder irgendwo gesehen haben. Ah, Cutter, lass uns mal versuchen. Wir haben uns an die Hand nehmen lassen. Wir haben uns in diesem Fall von Gerd Aulinger an die Hand nehmen lassen, und das war auch gut so. Ich würde heute auch immer raten, lassen Sie sich an die Hand nehmen von einem, weil es Ihnen hilft, ein besseres Verständnis für Cutter zu entwickeln, und immer wieder diese Trainingszyklen, die Sie selber, behaupte ich, relativ schnell aufgeben würden, da bleiben Sie länger dran. Sie machen ein Cutter-Coaching und sagen, hey, ich kann es. Also ich gehöre auch zu denen übrigens. Einmal frage durch und habe gesagt, wieso soll ich das üben? Das kann ich durch, das sind nur die vier Fragen, ganz ehrlich. Aber diese Übung, die hat uns geholfen. Und wie Gerd Aulinger schon gesagt hat, es hat auch geholfen in der Wahrnehmung der Organisation. Da stellt sich der Werkleiter hin, nicht, dass ich mir wirklich persönlich was drauf einbilde, aber weil ich den Anspruch hatte, das zu verstehen, in der Kommunikation mit den Mitarbeitern zu sein, war ich Part of the Team. Und damit sicherlich bei Cutter auch eine gewisse Vorbildfunktion, das sage ich auch so. Und das brauchen Sie, behaupte ich, weil wenn das nicht, ich sage mal, in der Organisation vertikal gelebt wird von dem Werker bis zu der Führungsperson, dann können Sie nicht Cutter delegieren. Sie können nicht sagen, ja, macht mal Cutter, ich gucke mir das mal an. Sie müssen die Leute infizieren damit und dann funktioniert das etwas besser. Wo machen wir Cutter? Und keine Sorge, ich gehe jetzt nicht das Organigramm unseres Werkes durch, um Sie zu langweilen, aber tatsächlich sehen Sie hier die Organisation unserer Produktion. Wir haben zwei Wertströme. Wir haben, das ist übrigens ein Vorteil, damit Sie so eine Idee haben, was machen wir eigentlich, was produzieren wir? Und dann machen wir noch eine Beschichtung. Aber wichtige Botschaft dahinter ist, heute, bezogen auf die Produktionsorganisation, die gesamte Produktionsorganisation ist Part of Cutter. Das heißt, wir haben die Produktionsorganisation in die Cutter mit eingebunden. Und wenn wir über Cutter reden, ich glaube, das ist für die meisten von Ihnen ja ohnehin nicht neu, dann machen wir hier Cutter-Coachings. Wir haben Tafeln, wir haben nicht nur eine, wir haben mehrere. Einige sind mehr oder weniger gut gefüllt, einige sind wonderful gefüllt. Was aber wichtig ist, und das hatte ich gesagt, täglich. Natürlich gibt es Ausnahmen, dann hat man den Kundenbesuch, dann geht der Kundenbesuch vor, so liebe ich das auch vor. Aber ansonsten muss das Thema eine hohe Priorität genießen, ansonsten wird es nicht funktionieren. Dieser tägliche Rhythmus ist ganz wichtig und dieser tägliche Rhythmus abgebildet auf so einer Cutterwand ist ebenfalls wichtig. Das überspringe ich jetzt mal. Am Ende des Tages geht es auch um Resultate. Wenn Sie etwas machen und das machen Sie, dann kriegen Sie irgendwann die Frage von Dritten gestellt, was treibt die denn da eigentlich? Das heißt, der Erfolg in einem Unternehmen muss damit einhergehen. Der muss sich nicht nach einem Monat einstellen, aber nach zwei Jahren sollte man auch die Früchte sehen. In unserem Fall kann ich Ihnen sagen, wir sind erfolgreich unterwegs. Sie sehen, da ist jetzt einfach nur ein KPI, ein Net Output, was wir erzielt haben von einem Jahr zum nächsten. Cutter ist ein ganz wichtiges Element, so sehe ich es heute. Ich habe es nie ausmultipliziert, welcher Anteil Cutter jetzt hatte. Ich bin auch ehrlich und sage, it's not all about Cutter. Der Erfolg in einem Unternehmen hat verschiedenste Facetten. Ich sage aber auch, Cutter hat uns geholfen, hier erfolgreich zu gehen. Und tatsächlich haben wir auch die letzten beiden Jahre unsere besten Geschäftsjahre des Standortes feiern dürfen. Und von daher sagen wir, das, was wir treiben zurzeit, inklusive Cutter, gibt uns Recht. Und das ist eine Motivation für uns und auch für die Beschäftigten, bei uns im Werk weiterzumachen. Ja, jetzt natürlich über das, was wir gelernt haben und das, was wollen wir weiter machen und weiter treiben, das ist ein wenig jetzt in die Breite gehen. Die Handschoss, die Verbesserer, die haben wir heute noch nicht flächenmäßig und auch noch nicht überall zu 100%. Aber Sie sehen, eine gewisse Begeisterung müssen Sie schaffen, um auch da weitermachen zu können. Und jetzt gehe ich ganz klein wenig auf die sogenannte, auf den nächsten Schritt ein. Sie sehen, das ist das, was Sie kennen. Wir haben die Coaching-Ebene, wir haben die Mentee-Ebene, Handschuh-Ebene. Und was wir gestartet haben, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir haben mit den Cutter-Kaskaden gestartet. Wir haben mit den Lerngruppen gestartet. Dann haben wir aber ganz schnell on the job gearbeitet, weil das Lernen bleibt ja theoretisch. Das heißt, wir haben die Ziele heruntergebrochen unseres Werkes und haben gesagt, okay, was sind die Teilziele? Lass uns daraus eine echte Cutter-Übung machen. Und heute ist es sozusagen ins Tagesgeschäft übergegangen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Cutter-Coach-Beziehung zwischen dem Coach und dem Mentee. Und auf der anderen Seite ist diese Mentee-Ebene aber gleichzeitig die Handschuh-Ebene. Das heißt, diese Handschuhs sind die Verbesserer. Und die Verbesserer müssten natürlich auch mehr Zeit haben als die Zeit, die sie in der Vergangenheit hatten. Welche Aufgaben sehen wir? Die Handschuhs sind also die täglichen Verbesserungen, Steuerungsbehebung, Springer-Tätigkeit. Überwachung der Standards, aber auch Ausbilden der Mitarbeiter. Wir haben uns für die TWI, Teaching with an Industry, Methode entschieden. Das ist auch eine Sicherstellung von Standards. Und da müssen sie sozusagen die Verbesserungskultur mit aufrechterhaltenden Standards verheiraten. Wie machen wir das? Sie sehen, das ist der Standard-Prozess. Das sind Maschinenprozesse oder vielleicht auch administrative Prozesse, Prozesse, die Sie auch alle kennen in der Fertigung. Und was wir versuchen ist, wir versuchen engagierte Mitarbeiter zu motivierten Problemlösern zu machen, indem wir diese aus den Prozessen sukzessive auslösen. Was wir nicht machen, und da bin ich ganz ehrlich, das schaffen wir auch nicht, dass wir sagen, hey, du bist super, du begeisterst dich für die Aufgabe, du bist morgen der Handschuh, wer macht denn die Arbeit? Was wir nicht machen, da ist jetzt meine persönliche Philosophie auch als Werkleiter, zu sagen, okay, wir wollen jetzt Cutter machen, wir stellen jetzt x Personen von außen ein, die das machen, damit wir sozusagen die Handschuh freischaufeln. Das machen wir nicht, aus zweierlei Gründen. Erstens bin ich davon überzeugt, würde sich der Erfolg nicht einstellen. Zweitens bin ich davon überzeugt, gäbe es so etwas wie viele Fragezeichen in der Belegschaft, ja super, jetzt machen wir Cutter und jetzt stellt der Leute von außen ein, können wir das nicht selber. Die Motivation besteht darin, zu sagen, hey, ihr seid doch alle selbe Experten, wer von euch hätte denn Lust, und das haben wir angefangen, erst mal mit der berühmten Stunde, eine Stunde Verbesserung zu machen, also über die Cutter-Coachings, nicht einfach mal mach was, sondern logischerweise über das Cutter selbst, über die Interviews zu fragen, was ist dein Hindernis, was kannst du dir vorstellen, was würdest du gerne machen wollen, damit du das Problem morgen nicht hast, und dann fängt er die halbe Stunde an, oder eine Stunde, und das ist eine Umsetzungsstrategie, wie wir sie bei uns an den Tag legen. Der große Nachteil, ganz sicher, ist die Zeitachse, dafür brauchen sie natürlich Zeit. Wenn sie nicht sagen, hey, du machst morgen zu 100% Verbesserung, dann brauchen sie Zeit, um die Leute herauszulösen. Es gibt aber auch eine Chance, und das ist dieses hier, wir reden viel über, und das Thema hatten wir ja gerade, über Überführung intrinsischer Motivation, am Ende des Tages ist es ja nicht nur eine zusätzliche Qualifikationsstufe, die sie haben, der Verbesserer, sondern auch eine zusätzliche Motivation. Das heißt, es ist ein Add-on zu der typischen, klassischen Hierarchiestruktur, wir haben den Abteilungsleiter, den Hauptabteilungsleiter, den Werkleiter und so weiter, ja, die gibt es logischerweise, aber sie schaffen damit auch eine zusätzliche Motivation. Sie schaffen eine Motivation, indem sie sagen, hey, pass mal auf, zu deinem Standardprozess machst du vielleicht zukünftig 50% oder sogar 100% Verbesserungen. Und die Leute, die Verbesserungen machen, die bekommen auch logischerweise eine Aufmerksamkeit. Hey, da hat schon so viele Sachen verbessert, ich würde das gerne auch mal machen wollen. Das steckt ein paar Leute an, ich bin aber auch ganz ehrlich, das steckt nicht alle Leute an, das ist auch okay so. Ja, also, und da besteht so ein bisschen natürlich die Lüge, wie ich Ihnen gesagt habe, jeder jeden Tag ist ein wichtiges Motto. Wenn ich ehrlich bin, es ist morgen nicht jeder, der jeden Tag Verbesserungen macht, sondern wir brauchen die Leute, und das Bild gibt es gut her, wir brauchen die Leute im Standardprozess, und wir brauchen zunehmend logischerweise mehr Leute, die hier Verbesserungen treiben. Ja, das muss ein gesunder Mix sein in einem Unternehmen, aber in der Vergangenheit, wenn ich ehrlich bin, waren die Verbesserer sozusagen die Projektleiter oder die Abteilungsleiter oder der Mitarbeiter aber, weil er etwas gesagt bekommen hat oder weil er glaubt, eine Prämia abzufischen über das Ideenmanagement. Die nächste Herausforderung, ohne ins Detail gehen zu wollen, sehen wir im Werk Müllheim in zweierlei Hinsicht. Das eine sind die grünen Kästchen. Die grünen Kästchen ist tatsächlich, dass wir über eine Zeitschiene X die nächsten Handschuss zu 100% herauslösen wollen. Das ist unser Ziel. Also die Verbesserungskultur so weit treiben, dass die Leute zunehmend mehr Zeit haben, und das geht aber natürlich nur Hand in Hand. Und es gibt die zweite Herausforderung, und das haben wir uns auch vorgenommen. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist die Produktionsorganisation, da haben wir gestartet, da sind wir heute unterwegs. Wir wollen andere Funktionen des Werkes ebenfalls ins Cutter einladen, so sprechen wir das aus. Und das ist Qualität, das ist Supply Chain Management, Administration oder technischer Service oder Maintenance, die heute so gewisserweise Trabanten darstellen, logischerweise mit Cutter-Übungen gestartet sind. Aber jetzt ist es an uns, das so gut zu verlinken, dass sie auch einen Ansporn haben, hier in der Cutter-Welt des Werkes Müllheim erfolgreich mitzumachen und mitzuspielen. Und last but not least, einfach nochmal ein ehrlicher Umgang, was bedeutet das? Denn es darf nicht ankommen, und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, hey, klar, ihr macht Cutter und das ist ein Selbstläufer. Man muss es am Anfang, und das ist die erste Säule, als Zusatzinvestition sehen. Was Sie hier sehen, das ist einfach mal ein ganz, ganz simpler Versuch einer Abbildung. Sie haben eine Zeit X, die besteht bei jedem von uns in der Wertschöpfung. Jeder auf seinem Job, und sei es der Werker oder auch der Werkleiter, macht Wertschöpfung. Es gibt aber auch einen zeitlichen Anteil, das ist Waste. Ja, das wissen wir typischerweise in Produktionsprozessen haben wir das. So, jetzt starten wir mit Cutter, und da darf man sich nichts vormachen, es ist erst einmal Zusatzaufwand. Mit Cutter haben wir einiges erzielt. Ich habe versucht, so qualitativ Ihnen zu sagen, was wir erzielt haben. Aber bis Sie die ersten Früchte haben, vergehen natürlich ein paar Tage, logischerweise. Bei uns sogar ein paar Wochen bis ein paar Monate. Das heißt, Sie müssen natürlich einen Betrieb, ein Team, eine Mannschaft bei Cutter abholen, motivieren, mitzumachen. Und Sie müssen natürlich relativ schnell, ich sage jetzt mal, die Themen und die Fragetechniken so wählen auf Themen, dass sich auch schnelle Quick-Wins einstellen. Damit ergibt sich die Motivation. Aber ganz wesentlich ist auch, Sie generieren erst einmal einen Zusatzaufwand. Cutter muss organisiert werden, man muss es besprechen, man muss es üben in Lerngruppen. Sie erinnern sich an die erste Folie, das Tagesgeschäft bleibt in der Zeit ja nicht liegen. Was sich aber ergibt, und das haben wir festgestellt im Werk Müllheim, Sie weiten dann Cutter aus über Monate und stellen fest, hurra, über die Quick-Wins kriegen wir über Cutter relativ schnell eine Reduktion des Wastes. Und schon sind Sie dabei zu sagen, okay, stimmt, mein Tag hat jetzt nicht mehr 10 Stunden plus 2 wegen Cutter, sondern es sind die 10 Stunden und ich schaffe jetzt Cutter zu machen, trotzdem reduzieren wir Waste. Das ist ganz wichtig, auch in der Psychologie, eines Cutter-Aufrechterhaltens im Werk, weil wenn Sie das nicht schaffen, sagen die Mitarbeiter über 12 Monate dann, hey, sorry, wo sind die Erfolge, ich habe mehr zu tun als vorher, wir machen Cutter, ist zwar alles ganz nett, aber so what. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Da liegt die Kunst sicherlich im Detail, auf ein paar Themen zu springen, mit denen man Cutter erfolgreich machen kann. Der Mitarbeiter selbst muss sagen, hey, das ist klasse, damit bin ich erfolgreicher als vorher und am Ende des Tages habe ich weniger Arbeit. Wenn Sie Cutter ausweiten, das ist so der Schritt, wo wir jetzt unterwegs sind, wir wollen Cutter weiter ausweiten. Ich hatte Ihnen ja die grünen Felder gezeigt, wo wir noch mehr Richtung 100% Handschuss gehen wollen, dann wollen wir natürlich den Waste reduzieren. Irgendwann, und das ist so, I have a dream, reduzieren wir natürlich auch den Wertschöpfungsanteil und den Anteil insgesamt. Und die Zeit, die wir hier freischaufeln können, die darf natürlich nicht in erster Linie dazu genutzt werden, um die Mitarbeiter sofort freizustellen, sondern die muss dazu genutzt werden, um Innovationen voranzubringen, neue Geschäftsideen mit den Zeiteinheiten, die man gewonnen hat, hier zu verbringen. Wenn die Innovationen ausbleiben und die Ideen auch, ja, dann wird da sicherlich darauf hinauslaufen, dass man natürlich auf die Herstellkosten guckt und dann in der Summe seine Prozesse dadurch reduziert, dass man mit einer kleineren Mannschaft fährt. Aber das ist nicht der Hauptfokus und der Haupttreiber. Und das ist ganz wichtig, dass Sie damit ehrlich und authentisch auch umgehen in Ihrer eigenen Organisation. Die Zeit, die dadurch freigeschaufelt ist, dass Sie Cutter erfolgreich durchführen, die müssen Sie bereichern über zusätzliche Aufgaben, die am Ende des Tages dem Geschäft zugute kommen. Fazit, gemeinsame Problemlösung, viele tägliche Coach-Mentee-Kaskaden multiplizieren Verbesserungseffekte, das ist das, was wir sehen. Ja, genügend Zeit und Topaufgaben, ich habe es immer Initialphase genannt, Sie fangen mit Cutter an, die Geduld müssen Sie haben, das müssen Sie durchstehen. Das ist durchaus ein kritisches Momentum aus meiner Sicht. Und ich betrachte es immer als eine Investition in ein solches Management-System, eine Investition in eine Verbesserungskultur. Cutter-Coachings müssen zunächst geübt werden, lassen sich an die Hand nehmen, wie wir das erfolgreich gelebt haben mit Gerd Aulinger. Sie müssen üben, Sie müssen sich auf das Üben einlassen und Sie müssen anfangen, es zu leben. Ja, also üben Sie bitte nicht zwölf Monate lang, üben Sie ein paar Wochen und dann sagen Sie, hey, klassischerweise Cutter on the job, wenn man so will, damit Sie wirklich auch den Mitarbeitern zeigen können, das bringt für Sie selbst was und Sie müssen Ihre eigenen Erfolge feiern können. Der Mitarbeiter muss seine eigenen Erfolge feiern können, ansonsten kann ich mich ja 40 Mal hinstellen und über Cutter reden, da wird er sagen, jo, was erzählt der, eigentlich für ein Quatsch. Und last but not least, das ist unsere Philosophie, die Handschuhe sollten aus der bestehenden Organisation herausgearbeitet werden. Das sind Ihre Experten, die Sie haben in der Organisation, langjährige Mitarbeiter, die wissen ohnehin viel besser, wie das funktioniert als so manche Führungskraft, die da drüber guckt und sie gewinnen Vertrauen in das System, indem die das aus der Organisation herausarbeiten und nicht die Handschuhe von extern einstellen und sagen, ja, ich glaube, da ist ein guter Experte, den stellen wir ein und der ist morgen der 100% Handschuh, ich glaube, dann würde es zumindest aus unserer Sicht bei Schott in Mülheim nicht gut aufgehen. Ja, wir wollen weitermachen, wir wissen, das ist nicht einfach, wir verstehen uns selber noch als Cutter-Anfänger, auch wenn wir jetzt schon über anderthalb Jahre dabei sind, aber wir haben unsere Erfolge, wir haben zunehmend mehr Mitarbeiter, denen es auch Spaß macht, es gibt auch die Skeptiker, die gibt es, aber mich würde es auch wundern, wenn es die nicht gäbe beim Einführen eines Management-Systems, aber wir haben ein gutes Gefühl, wir sind gut unterwegs und ja, ich hoffe, Ihnen so ein bisschen erzählt zu haben, wie der Weg bei uns gewesen ist, welche Stolpersteine wir haben, was wir geschafft haben und ein paar Facetten zumindest aus unserer Cutter-Welt im Werk Schott in Mülheim. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, haben Sie Fragen? Vielen Dank.